Guten Tag, liebe Schöne und ich freue mich zu unserem Fernsehdeutsch. Heute bearbeiten wir die folgenden Themen. Wortschatz, Grammatik und heute machen wir zusammen allgemeine Wiederholungen über die Grammatik, Alltagssituationen und schriftlicher Ausdruck und heute lernen wir zusammen, wie wir eine E-Mail schreiben können und wie wir einen Aussatz schreiben können. Dann gehen wir mit dem ersten Optional zu den kurzem von vor Ort Beat. Also werden wir mit den ersten Kozen beginnen. Wir sehen uns mit den verschiedenen Bebenen und die Zusammenarbeit in die heutige Gelegenheit. Und die heute in den letzten Lehrern ist, die Lehktion 3. Wir sehen uns mit den Bebenen und die Bebenen und den Bebenen. Wir sehen uns bei den Bebenen mit den Bebenen und den Bebenen. um zu sehen, um die Abenteuer zu sehen, um die Abenteuer zu sehen. Vor-Shut. Wir haben eine Art von den Abenteuern. Wenn jemand hat ein Geburtstag oder ihr Freund hat ein Geburtstag, dann wird alles gut zum Geburtstag. Alles gut zum Geburtstag oder die Eindelbeleid. Wir haben die Geburtstag, die wir in den E-T-A-T oder in den E-T-A-T-A-T-A-T, wir werden in den Alltagssituationen, in den Lebensjahrern, in den Lebensjahrern. Oder viel Glück zum Geburtstag. Viel Glück zum Geburtstag. Ja, nicht, dass es ein Geburtstag ist wie Eindelbeleid. Viel Glück zum Geburtstag. Oder herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, auch die Abiturmeleid wie Eindelbeleid. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oder alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, auch die Abiturmeleid wie Eindelbeleid. Das sind die Abiturmeleid. Die Abiturmeleid die Abiturmeleid die Abiturmeleid. Die Abiturmeleid die Abiturmeleid. Viel Glück im neuen Lebensjahr. Viel Glück im neuen Lebensjahr. Da waren kein mit viel Glück. Ja, ich habe gesagt, die Abiturmeleid die Abiturmeleid die Abiturmeleid die Abiturmeleid. Oder wir können die Abiturmeleid die Abiturmeleid die Abiturmeleid. 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 »Frohes neues Jahr«, oder »Viel Glück im neuen Jahr«, oder »Frohe Weihnachten«, »Christmas Saeed«, und »Ein gutes neues Jahr«, 2017. »Frohe Weihnachten«, »Christmas Saeed«, und »Ein gutes neues Jahr«, 2017. »Glückliches neues Jahr«, »Glückliches neues Jahr«. »Frohe Weihnachten«, »Ein gutes neues Jahr«, »Sanagdida Saeed«, oder »Ein Möchel«, 2017«, oder »Frohes neues Jahr«. »Ein gutes neues Jahr«, »Sanagdida Saeed«, oder »Frohes neues Jahr«. »Frohe Ostern«, »Frohe Ostern«, oder »Schöne Ostern«. Am ersten Schultag, was sagen wir, »Viel Glück zum 1. Schultag«. Und jetzt in die Jahrzehnte der ersten Jahrzehnte, über die Jahrzehnte der ersten Jahrzehnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie müssen hier unterschreiben. Amal Modalverb wollen, wollen, das heißt, das Rufo ich will, du willst, er, sie, es, will, wir, sie, und sie groß wollen, und ihr wollt. Wollen mit Abbranen planen, auch die Absicht. Planen, das heißt, wir wollen ein neues Haus kaufen, wir wollen ein neues Haus kaufen, heißt, in die Sterebiet gediebt. Ihr werdet mit Abbranen planen, oder Absicht. Kommen wollen, sie haben einen Abbranen planen, oder Absicht, und ich hoffe, ein anderes Beispiel, ich will Deutsch lernen, ich will Deutsch lernen, aber Abbranen planen, oder Absicht. Am Fall möchten, was möchten Sie trinken, möchten, يعne, ja, rhab, wo lieha, das Rief, zai, das Rief, im Modalverbärben, biszat, ich, wo, er, wo, sie, es, wie, wie, lium, das Rief, wach, bmöchter, wa, möchtern, bittadda, al-fahle, fi, halet, l-infinitiv, am Ende des Satzes. Was möchten Sie trinken, chattritak eis, te schrub, e, möchtern, bittadbar an, et talab, il-muhassab. Kemann, möchtern, bittadbar an, wunsch, äh, um, nia, au, rakhba, zai, ich, möchtern, tii, mit milch, bete, ich, möchtern, tii, mit milch, eis, tii, shai, mit milch, billab, bete, mifalak. Kemann, nach deutschland fliegen. Wie, möchtern, nach deutschland fliegen, gaisin, ni sefer, ila, almania. Wie, möchtern, nach deutschland fliegen. Zai, mi, chan, fi, fi, henna, möchtern, ski, nuh, keem, tih, bete, roh, al-sinima. Ich, möchtern, liba, lezen. Il-achab, innana, aud, aqra, nuh, roh, sh, s-sinima. I, bada, möchtern. Zai, mi, ma, na, bete, staghadam, l-tabir, an, l-talab, l-muhassab. Amma, l-fahla, teali, wahu, dörfen. Dörfen, jani, mesmooh bie. Zai, chafin, fi, ja, das, dörfen, si, mesmooh, l-chadratak. Dörfen, ma, na, mesmooh bie. Und, scho, tass, rif, ich, dörf, du, dörfest, er, si, es, daf, vi, zi, und, zi, koos, dörfen, wma, i, dörft. Zum, bai, schbiel, ja, tara, dörfen, fi, bida, bete, bera, an, el, erlaubnis, au, l-ezne, au, se, ma, bi, si, zum, bai, schbiel, man, dörf, ya, parken. Man, dörf, ya, parken, mo, j, l, mar, bil, ragn, na, man, dörf, ya, parken. Amma, la, usta, dörf, no, ma, na, fi, bitabbar, an, il, ferboot, il, ferboot, j, man, z.B. si, dörf, hi, nicht, hauchen, si, dörf, hi, nicht, hauchen, me, nu, ar, tath, hin, hon, si, dörf, hi, nicht, rauchen. يبقى عندي dörf, لو استخدمت معاها نفي بعبر بها عن المعنى. dörf, hi, nicht, rauchen. كمان dörf, بتعبر عن الhuf, lich, hage, au, الطلب المهسب. زي dörf, hiya, parken. ممكن arken هنا. dörf, بتعبر عن الhuf, lich, hage, au, الطلب المهسب. شوف مع بعض الفعل التالي وهو zollen. و harvest ما نحن ين錯ي. C هلن هلن وظية نحن Er wird das nicht mehr verletzt. Jetzt sehen wir uns die Frage in den Medien. Wie funktioniert es? Wenn jemand gesagt hat, ob 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 jemand gesagt hat. Genau, Ferle soll in ihr Bali, richtig, soll die Hausaufgabe machen. Der Lea sagt, Ali soll die Hausaufgabe machen. Mona muss, kann oder wollte Gitarre spielen. Mona, richtig, die Mahora auch Kodralamersi, Mona kann Gitarre spielen. Auch kann gut Gitarre spielen. Herr Opa, ich möchte, muss oder darf, bitte Tee trinken. Herr Opa, ich möchte, bitte Tee trinken. Darf, will oder muss ich hier backen? Nein, es ist verboten. Genau, darf ich hier backen? Nein, es ist verboten. Am Abend kann, wollen oder dürfen wir ins Kino gehen. Am Abend wollen wir ins Kino gehen. Am Abend wollen wir ins Kino gehen. Ich habe Fieber. Ich muss, soll oder darf zum Arzt gehen. Ich habe Fieber. Richtig, ich muss zum Arzt gehen. Der Lea sagt, wir können, sollen oder darf gut lernen. Der Lea sagt, wir sollen gut lernen. Wann ist der Lea aufgestanden, angezogen oder fern gesehen? Alle um acht Uhr. Wann ist der Lea heute früh? Richtig. Sieben Uhr besagt, aufgestanden. Wann ist der Lea heute früh aufgestanden? Söchid im Tag um acht Uhr. Die Kinder fragen, seinen, ihre oder meinen Lehrern. Die Kinder fragen, auch wenn ich nicht mit Lehrern, oder tatsächlich, ihre Lehrern. Wie wir sehen uns mit dem anderen, ist der Lea heute die Wodan, die Wodan er aufgeht. Wir sehen uns in der Lea-Wodan, wir sehen uns auf dem Wodan er mit dem Wodan, und die Voreden im Dialog in der nächsten Klamlern und der Voreden im Dialog auf der Klamlern und die Linien geöffnet wurde. Wir kommen ab zu anderen Unternehmen in der Klammatik oder dem Klammatik, die wir hier hatten in der ersten Klamm-Klammatik sind auch TempoKalp Repositional, einer kirlik-Karren-Zemian. Wir haben hier eine kirlik-Karren, wie am Klamm, was man mit den Klamm-Ten hat mit den Klamm-Ten mit der NDR Da machen wir mit den der KMW oder die Die KMW KMW Wir haben den ma ein eight KMW mit Tempo Bis zum nächsten Mal. Um betwischt da maa saait zum Beispiel die paar die fenged um sieben ua an Die paar die fenged um sieben ua an Wo um maanahe fiw betwischt da maa el saait Wo bnesal anhaa ja imma wann fenged die paar tii am Ja imma um wie viel ua fenged die paar tii am Harfe garit tali wa huwa im Wo im maanah fiw betwischt da maa shuhur wo maa fsoolissana wo maa klamit ja Im maanah fiw betwischt da maa shuhur wo fsoolissana wo klamit ja Zum baai shpil Im soma fsoolissana fliege ich nach balin Im betwischt da maa shuhur wo maa fsoolissana wo maa klamit ja Aogul im soma fliege ich nach balin Au im vinter au aogul im august im januar im februar Maa shuhurissana maa fsoolissana maa klamit ja Bescht da maa haa im Amma harfe garit tali wa huwa von bis Von yani min kasa li gait kasa Zum Beispiel Offnungszeiten mawaid al-amal Von muntag bis freitag von 9 uhr bis 13 uhr und von 14 uhr bis 18 uhr Von muntag bis freitag von 9 bis 12 uhr Betwustadam maal saai-t wa maa tawa-t Maal saai-t wa maa lia-yaeme au aiyame l'oosboa Asime wea quoul b速 maa fsoolissana maa l-offnungszeiten maa Dal saai-t aile film bin kaza lkaza e laamhae j Charli nahar-da bin kaza lkaza da fson bis Und was sagen wir, von wann bis wann, im Ämter, im Ämter. Zum Beispiel, der Intensivkurs ist von neun bis zwölf Uhr. Der Kurs im Mokassaf beginnt von neun bis zwölf Uhr. Von bis. Anfänger für, für mit ämter und für mit ämter, im Mokass. Für, für mit ämter, im Mokass. Für eine Stunde, im Mokass. und wir sind schon seitens. Aber wir sind noch ein bisschen, und wir sind noch ein bisschen zuговere. Und wir sind allerdings noch ein bisschen. Und wir sind noch ein bisschen mühscht. Ich habe mir vor einem Monat geheiratet. Zum Beispiel, ich habe vor einem Monat geheiratet, eine Gäste, vor einem Monat, Münchach. Ammer seit meiner Herr Munzu, Bigi Badia Dativ, Semichlische Fien, seit 1924. Zum Beispiel, seit einem Monat, Münchach, seit einer Woche, Bigi Badia Dativ, ich wohne seit einem Monat in München, eine Sekte bei Elie Schohrifi, München. München, die hier Medinet Mionich. Ammer, Harfe Gare Für, Bigi Badia Dativ, Bigi Badia Akkusativ. Sehen wir, wir sehen, Für Dich, die Wurud, die Wurud, die Wurud, die Für Dich, Lecker. Wo sehen wir, Bigi Badia Akkusativ. Zum Beispiel, für einen Monat, Bigi Badia Dativ, 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 Bigi Badia Dativ. Ich suche eine Arbeit, eine Beziehung, eine Arbeit für einen Monat in München. Eine Beziehung, die wir hören, eine Beziehung. Aber dem Monat nach, Bigi Badia Dativ, Bigi Badia Dativ, Bigi Badia Dativ, Bigi Badia Dativ, Bigi Badia Dativ. Schwiergen, Nachdem Essen In der nächsten Zeit dass Coming Slide Bei was vorange N turns Bei 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 denn wird NET Bei weiter indem für Wir Avern und Beim Abendessen lese ich die Zeitung. Beim Abendessen lese ich die Zeitung. Zum Beispiel in einem Jahr, in einer Stunde, der Techniker ist in einer Stunde bei Ihnen. Der Techniker ist in einer Stunde bei Ihnen. In einer Stunde bei Ihnen. use ich die Zeitung. Zum Beispiel am Abendessen oder mit Ende des Tag an der Morgen. Am Abendessen, 18 Uhr, bis 14 Uhr, bis 14 Uhr. Am Abendessen, bis 18 Uhr. Seit einer Woche rauche ich nicht mehr. Richtig, seit einer Woche. Na und ich rauche schon seit einem oder einem Jahr nicht mehr. Ich rauche schon seit einem Jahr nicht mehr. Nach dem oder dem Unterricht gehen wir essen. Nach dem Unterricht gehen wir essen. Vor der, dem oder das Parti bei Sausanne möchte ich zum Friseur gehen. Vor, wie gesagt, ja, Dativ, also al-ab-lil-hafla. Parti al-adikl mit al-hadid. Richtig, vor der Parti bei Sausanne möchte ich zum Friseur gehen. Seit wann ist Nada in Spanien? Schon seit einem oder einem Monat. Seit wann ist Nada in Spanien? Schon seit, richtig, seit einem Monat. Darf ich zu Angelika gehen? Ja, aber erst nach dem oder den Hausaufgaben. Nach den Hausaufgaben. Seit wann kennst du Stefanie? Nach der Party bei Tim. Nach der Party bei Tim. Seit der Party bei Tim. Seit wann kennst du Stefanie? Seit wann begabaliha? Genau, seit der Party bei Tim. Wann hast du das Auto gekauft? Nach einem Jahr oder vor einem Jahr? Wann hast du das Auto gekauft? Ach, richtig, vor einem Jahr bin ich Senna. Wann liest du Zeitung? Beim Frühstück oder seit dem Frühstück? Wann liest du Zeitung? Genau, beim Frühstück. Beim Frühstück. Gehst du jeden Tag joggen? Ja, immer vor dem Frühstück. Oder ja, immer beim Frühstück. Richtig, immer vor dem Frühstück. Darf ich ein Eis essen? Ja, aber bitte erst beim Essen. Oder ja, aber bitte erst nach dem Essen. Darf ich ein Eis essen? Ja, aber bitte erst nach dem Essen. Genau, heute ging es später erst zu essen. Ja, ja. Das ist unsere Wahl. Die Wahl. Das ist eine Wahl. Ich schauke. Die Wahl, wenn subsidi von der Wahl anázch dig. Die Wahl. Die Wahl wird eine großartige und ihre Auswirkungen stecken. Das ist eine große Wahl. Die Wahl anzune auf die E-mail. Die Wahl wieder auf die E-mail auf die E-mail. Sie haben eine Wahl. Und zwar die E-mail und Offsatz. Ein E-mail ist eingeladen und Offsatz eingeladen. Und bei den Haltzpunkt. Das ist eine E-mail oder Offsatz. Und das ist 7. So können wir sehen wie wir die E-mail machen können. E-mail. Du heisst immer, schreib deiner Freundin Petra eine E-Mail über deine Reise nach Hohegade. Ich tue die Reise nach Hohegade in El Garda. In den Ferien, Eltern, Auto, eine Woche, Übernachten, schön. In den Ferien mache ich eine Reise nach Hohegade. In den Ferien mache ich eine Reise nach Hohegade. Mit dem Auto fahre ich dorthin. In den Eltern, ich fahre mit meinen Eltern dorthin. Ich fahre mit meinen Eltern dorthin. Die Reise nach Hohegade ist eine schöne und interessante Stadt. Die Reise nach Hohegade, die Reise nach Hohegade, die Reise nach Hohegade. Aber in unserer Woche, dort bleiben wir eine Woche. An unserer Übernachten, dort übernachten wir in einem Hotel. Dort übernachten wir in einem Hotel. Und in unserer Woche, dort ist das Wetter schön. Dort ist das Wetter schön. Dort ist das Wetter schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.